Die Regierung trifft sich heute wieder zum Ministerrat. Vorher melden sich noch der Bundeskanzler, der Gesundheitsminister und die Tourismusministerin zu Wort. Wir berichten gleich davon, jetzt aber noch ein paar wichtige Nachrichten für Sie. In Tirol sind am Dienstag die Wirtschaftslandesrätin Patricia Zoller frisch auf und wenig später Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg überraschend zurückgetreten. Landeshauptmann Günther Platter kündigt noch am Abend die vermeintlichen Nachfolger an. Als Wirtschaftslandesrat soll Landtagsvizepräsident und Bürgermeister von Galtür Anton Matle folgen. Annette Lea, die Geschäftsführerin des Sanatorium Kettenbrücke, soll dem Parteivorstand als Gesundheitslandesrätin vorgeschlagen werden. Landeshauptmann Platter will die Nachfolge noch heute präsentieren. Seit heute gilt bei der Ausreise aus den Rheindeltergemeinden Höchst, Fusach und Gaisau eine Ausreisetestpflicht. An zwei Kontrollpunkten müssen die rund 14.000 Einwohner bei der Ausreise entweder einen negativen Wohnzimmer, Antigen oder PCR-Test vorweisen. Als Grund für die verschärfte Maßnahme wird der starke Anstieg der Sieben-Tages-Inzidenz auf 473,8 genannt. Die Ausreisetestpflicht soll vorerst bis 11. Mai gelten. Heute Mitternacht sind die Ausreisekontrollen für Tirol ausgelaufen. Somit muss an der Bundesländergrenze kein negativer Corona-Test mehr vorgewiesen werden. Das Land Tirol begründet die Entscheidung mit der stabilen Coronavirus-Situation, sinkenden Infektionszahlen, aber auch einer stabilen Lage in den Spitälern. Heute tagt wieder der Ibiza-Untersuchungsausschuss. Auf Verlangen der ÖVP ist heute unter anderem ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian als Auskunftsperson geladen. Begründet wird die Ladung mit den veröffentlichten Kurznachrichten zwischen ÖBAG-Vorstand Thomas Schmitt und ÖGB-Präsident Katzian. Dabei ging es etwa um die Entsendung von ArbeitnehmerInnenvertretern in den Aufsichtsrat. Heute Vormittag scheint im Osten und Süden noch länger die Sonne. Richtung Westen beginnt es dagegen zu regnen und es kühlt schon ab. Die Schneefallgrenze sinkt hier auf 1200 Meter. Am Nachmittag breiten sich Regenschau und einzelne Gewitter auf ganz Österreich aus. Vorübergehend frischt kräftiger bis stürmischer Westwind auf. Die Temperaturen liegen heute sehr unterschiedlich zwischen 8 und 20 Grad.